Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich möchte heute mit euch einen Web-Effekt nochmal machen. I wanna do a Web-Effekt today. Ich habe ein bisschen Glitzer, ich habe ein paar Farben, I have some glitter, I have some colors. And yeah, basically you can see the colors, it's just hashtag pouring for Ukraine. Das Ganze, ihr seht die Farben, ist einfach unter dem Hashtag pouring for Ukraine. Deswegen mache ich euch gleich ein bisschen Musik drauf und ihr könnt einfach zuschauen. I will put on some music and you can just watch the process, watch me pouring. Yeah, and then see you for demolding. Wir sehen uns zum Entformen wieder und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. 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 Bis dann. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. 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 Bis dann.